Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren News. Ja, leider ein bisschen verspätet, aber wir haben so ein, zwei Themen, die ich hier gerne ansprechen möchte. Und von daher würde ich sagen, wir legen direkt los. Als erstes wurde ein neues Add-on für den Trains im World 2020 angekündigt. Und dabei hört es auf den Namen Canadian National Oakville Subdivision, Hamilton Oakville Route Add-on. Ja, welches jetzt demnächst am 20.02.2020 erscheinen wird. Das Ganze kostet 29,99 Euro. Erleben Sie mit Trains im World Canadian National Oakville Subdivision, geschäftige Güterbahnhöfe, Schwerindustrien und klassische Antriebskräfte im atemberaubenden Gebiet am Ontariosee. Betreiben Sie Züge über ein aktuelles, detailgetreues Streckennetz mit einer Vielzahl von streckenseitigen Industrien, die tagtäglich über Schienen bedient werden. Jeder Bahnhof, jedes Signal und jeder Kilometerpfosten ist detailgetreu reproduziert und gibt Ihnen das Gefühl, in einem echten Zug zu sitzen. Hört sich auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Mal gucken, wenn es da mal im Sale ist, wenn wir uns das ganze bestimmte Mal demnächst mal anschauen. Ein weiteres Add-on ist jetzt erhältlich und zwar die BR-146.2. Wir sehen es, das Ganze kommt von Niklas Lindner und ist jetzt verfügbar und kostet 29,95 Euro. Ihr könnt natürlich auch ein Bundle-Packet kaufen. Da habt ihr die BR-146.2 Plus Reisezeit mit drin. Das Ganze kostet dann 34,95 Euro. Als Weiterentwicklung der Baureihe 146.0 findet nun auch die BR-146.2 den Weg in den Train-Simulator. Mit diesem hochdetaillierten, technisch aufwendigen, simulierten Fahrzeug können Sie nun auch virtuell in den Genuss dieser Drehstrom-Lok kommen. Passend dazu wird der Steuerwagen DBP-BZFA 766 als voll funktionsfähiges Fahrzeug mitgeliefert. Wer da Bock drauf hat, der guckt da gerne mal vorbei. Bei 3D-Zug könnt ihr das Ganze selbstverständlich kaufen. Das Volume 9 KI Luxus-Auto-Pack von Harley-Con ist jetzt vergangene Woche erschienen und kostet 12,95 Euro. Wir haben dazu schon ein Video gemacht. Wer sich die Fahrzeuge mal direkt anschauen möchte, kann da gerne mal vorbeischauen. Ob Lamborghini oder Aston Martin, eventuell sitzt ja James Bond drin. Und noch weitere Modelle sind Bestandteil des neuen Omsi 2 Download-Packs. Der neunte Teil der beliebten Reihe bietet 14 KI-Modelle in unterschiedlichen Varianten. Zum Einsatz auf den eigenen Omsi-Map. Mit individuellen Sauns versehen bietet die Performance-Optimit-Modelle eine besondere Abwechslung im Omsi-Straßenverkehr. Wir haben ein neues Projekt von Sobol. Der macht nicht nur Busse, sondern auch eine Karte. Die ist jetzt veröffentlicht worden. Projekt Oslo-Ost ist jetzt also verfügbar. Die erste Karte von Sobol ist nun zum Download bereit und hört auf den Namen Projekt Oslo-Ost. Die Karte befindet sich in der Entwicklung. Ihr bekommt den Download auf dem Discord von Sobol. Schaut euch am besten einfach mal vorbei. Den Link findet ihr natürlich selbstverständlich wieder in der Videobeschreibung. Also es gibt keinen direkten Download-Link. Ihr müsst direkt auf den Discord. Dort gibt es dann den Download-Link. Achtet bitte darauf. Es gibt noch einen kleinen Hinweis unter dem Download. Denn es gibt einen kleinen Fehler, welcher die Projekt Oslo-Map unspielbar macht. Somit müsst ihr die Humans-Datei ein wenig bearbeiten. Denn dort sind KI-Menschen mit enthalten. Und wenn ihr diese natürlich nicht habt, bekommt ihr eine Zugriffsverletzung. Also da bitte vorher reinschauen, falls ihr da einen Fehler haben solltet. Schaut in die Humans-Datei und löscht die dementsprechenden Einträge. Danach einfach abspeichern und dann könnt ihr Projekt Oslo ganz normal spielen. Es ist eine neue Karte erschienen mit dem Namen Projekt Kerkerich. Projekt Kerkerich. Am Niederrhein liegt die Stadt Kerkerich mit ca. 100.000 Einwohnern. Sie ist umringt von mehreren kleinen Städten und Dörfern. Die von der ansässigen Verkehrsgesellschaft KSW sowie von den niederrheinischen Verkehrsbetrieben NIAC angefahren werden. Die Autobahn 3 sowie mehrere Bundesstraßen erlauben ein schnelles Pendeln von A nach B. Auch der Fernverkehr wird durch den Hauptbahnhof in Kerkerich selbst sowie mehrere kleinere Bahnhöfe im Umland bedient. Eine unmittelbare Lage am Rhein rundet den Flair des Niederrheins ab. Das Ganze findet ihr natürlich im Forum vom Omnibus Simulator. Das Ganze verlinke ich euch natürlich unten wieder in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt haben wir eine neue Lotus-Karte, die jetzt erschienen ist. Und zwar hört ihr auf den Namen Fiktaminga. Ist ein sehr interessanter Name. Kommt von Dr. Black Error. Fiktaminga ist eine fiktive Karte, die sich aus den Worten Fiktiv, lateinisch Fiktar und München, bayerisch Minga, zusammensetzt. Hier spricht der Name auch Programm. Denn auf der Karte sind die Straßen- und Haltestellennamen an München angelehnt. Das Layout ist von vielen Münchner Plätzen und Straßen inspiriert und teilweise komplett übernommen. Wobei keine 1 zu 1 Adaption geplant war und auch nicht umgesetzt wird. Jedoch kann man einige Plätze wiedererkennen, wenn man ein geschultes Auge hat. Vorherrschenden Betrieb ist die MVG, Münchner Verkehrsgesellschaft, MBH, die die Straßenbahn und die Buslinien betreibt. Aktuell ist es geplant, ein umfangreiches Straßenbahnnetz aufzubauen und dieses stetig zu erweitern. Dabei werden viele Strecken mit dem Individualverkehr verlaufen, sodass es häufig zu Verspätungen kommen kann, die man dann wieder reinholen muss. Die in der Planung stehen 8 Tramlinien, werden in verschiedenen Bauphasen errichtet. Dabei gilt zu beachten, dass eine Bauphase in etwa einen Monat beträgt. Änderungen sind hier natürlich vorbereitet. Das Ganze könnt ihr euch jetzt da anschauen. Oder im Steam Workshop könnt ihr das Ganze bereits runterladen. Dazu gibt es natürlich das passende Repaint. Und es gibt auch die Karte und die Fisterteile. Die müsst ihr alle dann separat noch runterladen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe da schon mal einen kleinen Blick reingelinzt und muss sagen, es ist mal auf jeden Fall mal schön ausgebaut. Und nicht nur Häuser bei uns. Aber dazu später, da werden wir natürlich noch ein bestimmtes Video dazu machen. Ja Leute, das war es schon wieder von den News. Und tatsächlich muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht gewesen, dass die Stimmung so rund um Lotus ein bisschen kritisch gerade laufen. Gerade mit der Breaking News von VueApp spaltet sich das Ganze so ein bisschen. Ich weiß, es ist hart und ich würde gerne mehr berichten über Lotus, positives Berichten. Aktuell ist es aber wirklich, wirklich ruhig rund um den Lotus Simulator. Weshalb meine Interessen gerade aktuell viel auf Twitch sind. Was jetzt zum Beispiel X-Plane angeht oder halt den Train Simulator, Train Sim World auf der Konsole. Sobald es natürlich wieder Neuigkeiten gibt und sobald es was zu berichten gibt rund um Lotus, werdet ihr es natürlich hier erfahren. Aber es bringt halt nichts, wenn ihr fragt, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das. Ich weiß es selber nicht. Ich habe dann auch nur die Informationen, die ich hier euch mitteilen kann. Ja, also seid da bitte nicht traurig, falls es relativ ruhig geworden ist rund um Lotus. Aber ich denke mal, die Zeit wird wieder kommen, da wird es wieder Boom hier rund um Lotus. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffe natürlich, dass wir uns nächste Woche Sonntag hier wiedersehen. Ich hoffe dann aber diesmal, dass es dann wieder zur gewohnten Zeit dann wieder ist. Verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss, bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.